Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Insider. Heute zeigen wir euch, was man heutzutage alles mit KI erschaffen kann. Außerdem zeigen wir euch heute unsere zwei Schultriumphel. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Die künstliche Intelligenz kann sehr viel, und zwar späken und noch sehr viel mehr. Und eine Sache haben wir bei unseren Lehrern getestet, und das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Frau Mack, die positive verrückte Musiklehrerin, hatte eine ungewöhnliche Vergangenheit, von der ihre Schüler keine Ahnung hatten. Bevor sie in die moderne Welt des Musikunterrichts eintauchte, war sie einst eine mächtige Zauberin im Mittelalter. Herr Balz war ein Mann mit einer bemerkenswerten Vergangenheit. Bevor er als Deutschlehrer an die GSG vornkam und die Sächse unterrichtete, hatte er eine beeindruckende Karriere als Rockstar. Es geschah in einem sonnigen Nachmittag, als Herr Uthrich durch die Straßen einer kleinen Stadt schlenderte. Plötzlich wurde er von einer Gruppe jubelnder Menschen umringt, die ihn mit Hochliebe der König begrüßten. Verblufft und verwirrt versuchte Herr Uthrich zu erklären, dass sie ihn mit jemand anderem verwechselten. Aber die Menschmenge hörte nicht auf zu jubeln. Es stellte sich heraus, dass Herr Uthrich das perfekte Ebenbild des vermissten Königs war, der seit Wochen gesucht wurde. Eine Verwechslung führte dazu, dass er anstelle des echten Königs gekront wurde und plötzlich die Verantwortung über ein ganzes Königreich trug. Jo Leute, was geht aus? Ich bin's Leon und heute sind wir hier mit Herrn Wiegmann. Wir haben gehört, dass Sie und die Lehrerschaft beim Niedersachsen Cup mitgemacht haben und dritter Platz geworden sind. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Aber was ist denn überhaupt so ein Niedersachsen Cup? Ja Leon, erstmal vielen Dank. Der Niedersachsen Cup, das ist ein Cup, an dem Lehrer teilnehmen können für ihre Schulen und wir haben für unsere IGS teilgenommen, haben gegen andere Lehrerkolleginnen gespielt und haben den dritten Platz gemacht. Da sind wir sehr stolz drauf. Es gab diese schöne Urkunde und auch diesen wunderschönen Pokal hier. Was muss man denn so beachten bei so einem Hallenturnier? Ja, das Hallenturnier oder ein Hallenfußballspiel unterscheidet sich von einem Spiel draußen, weil man nur vier Spieler zur Verfügung hat. Das heißt, man darf keine Fehler machen, sollte selten ins Dribbling gehen, muss viel miteinander spielen und vor allem müssen alle defensiv mit verteidigen, wenn der Gegner am Ball ist. Aber jetzt stellt sich bestimmt vielen die Frage, wenn sie das so gut erklären können und eigentlich alles wissen darüber, warum sind sie denn nur dritter Platz geworden? Leon, das ist ja eine wirklich kritische Frage, aber ich stelle mich dieser Frage. Ja, leider sind wir im Halbfinale ausgeschieden, weil wir kein Tor geschossen haben. Herr Krause-Brunnit hat leider nicht getroffen und mit dem 0-0 mussten wir ins Penalty schießen und da läuft man dann mit dem Ball auf den Torwart zu. Das ist also nicht wie das klassische Elfmeterschießen und das haben wir vorher nicht geübt und deswegen haben wir leider verloren und sind im Halbfinale groß. Trotzdem sind wir sehr stolz auf Sie, dass Sie den dritten Platz gemacht haben und so einen schönen Pokal mit hier hergebracht haben. Vielen Dank. Danke für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke auch. Jo, Leute. Hallo, ich bin Jonas. Ich bin Lias. Und die Lehrer sind nur dritter Platz geworden, aber die Schüler des 7. und 8. Jahrgangs sind erster Platz beim Gipfener Cup geworden. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Das war's mit der dritten Folge vom Insider. Der 9. und 11. Jahrgang, der eben mit einem Praktikum macht, wünsche mir ganz viel Spaß und Freude dabei. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. IGS ist unsere Schule und hier sind alle wunderbar. Wir sind eine Europaschule und sind füreinander da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.